Mein Ziel war kämpfen und gewinnen. Ich bin normal wie jeder, aber nur mit einem Ziel. Ich bin ein Gewinner. Aufgeben gehört nicht zu leben. Ich werde niemals aufgeben. Ich kämpfe für meine Zukunft. Meine sind das als Business, was ich tue. Was für die Erde Sonne ist, ist für mich stolz. Sie machen jeden Tag Sport? Wie viele Stunden pro Tag? Die ganze Tag. Wo der Arzt mir erzählt hat, dass ich nicht mehr kämpfen darf. Sie müssen nur sagen, ob Sie sich dem aufsetzen wollen. Ich weiß nicht, dass ich mich jetzt stoppen werde. Der lieber Gott hat mich so geschaffen. Wir waren wie Brüder. Er hat ein reines Herz. Ich wollte den Leuten beweisen, was ich wirklich bin. Jetzt ist die Zeit für den Krieg. Heute ist die Krieg. Als ich klein war, habe ich mit meiner Großmutter gelebt. Sie war ganz arm. Sie war immer so lieb zu mir. Sie ist in meinen Armen gestorben. Ich war ein Kind. Mein Ego. Es war das, was mich fertig gemacht hat. Es ist nicht wichtig, ob du gewinnst oder verlierst. Das Entscheidende ist, dass man sich damit abfindet. Mit dem, was man bekommt. Wir werden uns jetzt prügeln. Und ich will gewinnen.